An Halloween holen wir ganz neue gruselige Gruselgeschichten aus der Disney Junior Wundertüte. Oh ja! Kommt mit auf die Knuddelmonsterparty. Wir fliegen ins Monsterall! Was? Begleitet Doc aufs große Kostümfest. Ein super tolles Kostüm! Und trefft lustige Piratengeister. Ge-ge-ge-geister! Ich liebe das Halloweenfest! Die Disney Junior Wundertüte. Samstag ab 15.30 Uhr. Ich liebe das Halloweenfest.